Junge, was ein Fisch. Neulich bin ich mal wieder ganz entspannt spazieren gegangen und wollte eigentlich nur ein paar kleine Fische fangen. Ich stand ziemlich gemütlich am Ufer und hab aber auf einmal was gesehen. Da ist einfach ein riesen Schatten aus den Tiefen aufgetaucht und ich dachte mir, das muss ein Wels sein. Ich hatte keine Ahnung, wie man ein Wels gezielt fangt, deswegen musste ich erstmal abchecken, mit was man die Ködern kann. Ich hab dann das stärkste Equipment, das ich dabei hatte, zusammengebaut, an den Sechserhaken, Teig gepackt und gehofft, dass das reichen wird. Ich hab die Angel ausgeschmissen und gewartet. Und der Fisch kam. Er ist direkt auf meinen Haken zugeschwommen und hat nicht lang gefackelt. Nachdem er angebissen hat, ist er aber erstmal in den Tiefen des Sees verschwunden. Ich hab extrem lang mit ihm gekämpft, aber irgendwann wurde er müde und ich konnte ihn Stück für Stück reinholen. Als er über die Steine geschwommen ist, hat man nochmal gesehen, wie groß der ist und ich dachte mir, wird das ein Diamant? Und der Wels war wirklich riesig, aber leider nur Gold.